Oh, wartet, gab's nicht irgendwie, sollte man das nicht per Bildschirmaufnahme machen, weil das Spiel sonst irgendwie Probleme hat? Ich glaube, man sollte Bildschirmaufnahme machen, wenn man das spielt. Ich glaube, man sollte Bildschirmaufnahme machen. Ich probier's mal. Okay, Chat. So. Jetzt soll ich mich an meinem eigenen PC anmelden, aber über das Spiel. What? Ich probier einfach mal irgendein random Passwort wie 123456. Alles funktioniert. Okay. Das ist nicht mein Passwort, Chat. Ist nicht. Change Passwort, Change Passwort. Bestätige über E-Mail. Twitch-Account retten. Okay. Hehe. So, das ist mein Hintergrund. Das ist schon mal das erste, wo man sich denkt, oh, was ist denn hier los? Das habe ich als Hintergrund, wirklich, auf meinem Desktop. Link und Zelda, wie sie kuscheln, finde ich süß. Und mit den Flammen vom Lagerfeuer kreiert das auch eine schöne, warme Atmosphäre. Das ist die weiche Seite. On-Stream und Dead by Daylight kriegt ihr immer nur die harte Seite von mir mit. Dieser eiskalte Killer. Brechend kalt. Männlich. Testosteron geladen. Aber außerhalb des Streams, wie zum Beispiel hier am Wallpaper, am Desktop-Hintergrund, da seht ihr, dass ich einen ganz weichen Kern habe. Ganz warmherzig und weich und süß. Wisst ihr? Welcome back to your computer. Double-click an application to open it and explore your... Warte mal. Ist der Streamer-Modus an? Streamer-Modus an. Okay. Stop some of the scares that you sensitive info. Will not stop camera scare. Okay, anscheinend greift das auch auf meine Kamera zu. Okay. Ist okay da eigentlich, ne? So, was haben wir denn hier? Minesweeper? Ist das spannend für euch oder nicht so? Okay, hatte eh keinen Bock. Ähm, wow. Das sind my pictures and my music. Da klicken wir aber nicht drauf, weil ich bin... Und my e-mail. Okay. Seht ihr jetzt, warum ich das nicht spielen wollte, Chad? Action-Blog bei Streamer-Mod. Gott sei Dank. Okay. Holy fuck. Ich geh erstmal auf Musik. Oh, okay. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Okay, wir können nicht in die Pictures rein... Okay. Oh, gut. Wunderbar. Meine E-Mails. Schwabbel, schwa532 at E-Mail. Woher wusstet ihr das? Ich hab keine E-Mails. Bisschen traurig. Aber gut, ich hab keine... Ich hab keine E-Mails, man. Du bist jetzt trau dich. Ach ja, hier mein Prime TV NH. Das ist ja eine Katze oder sowas. Miau, 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 miau. Sehr süß. Okay. Was macht man hier? Kann ich jetzt gar nichts machen, weil ich den Streamer-Modus anhabe? Meine Freunde. Logan! Warte, ich wurde jetzt rausgeworfen aus dem Spiel. Ja. Haben wir auf jeden Fall... Haben wir gut... Haben wir gut Spaß gehabt. Boah, ich glaub, das war's. Ach so, Internet, ne? Was für Bilder wären aufgegangen? Welcome to the Internet. Welcome to the Web. Search something and start exploring. Okay. Was interessiert uns denn so? Pokemon... Pokemon... Nidoran. Das beste Pokemon von allen. Mein Lieblings-Pokemon. Pokemon-Videos-Free-Download. 325-plus-Images of Pokemon. Royalty-Free. The latest headlines on Pokemon. Fascinating history on Pokemon. Let's talk about Pokemon. The Pokemon-Wiki. Okay. Pokemon has been a major topic in recent times due to its obvious impact on society as a whole. Hier gibt's ein T-Shirt, wo Pokemon, Pokemon, Pokemon draufsteht. Isabel schreibt mir einen Test für die Wissenschaft. Haha. Wow. Error? Congratulations. Kinetopat. invites you to their wonderful world of fun and excitement. Kinitu Pet will be your very own virtual friend. They are able to walk, talk, joke, browse, adapt and play games. Kinitu Pet is like no other with its adaptive technology. The RRA the reaction response algorithm taken and approved from the Kinitu Companion Toy. Tja, irgendwie haben wir jetzt ein Programm heruntergeladen. Das ist jetzt unser neues virtuelles Haustier und anscheinend haben wir richtig viel Spaß zusammen. Ach, wir müssen ihn erst noch herunterladen. Okay. Ich kann's kaum erwarten. Er sieht ein bisschen gruselig aus. Ein ganzes Axolotl wäre süßer gewesen. Ah, Insta... ... ... ... Gehörte das zum... Okay, wir laden es. Wir installieren es. Da stand eben Stop while you still can. New E-Mail. Hallo Freund. Dankeschön, dass du Kinitu Pet Kinitu Pet installiert hast. Wir werden so viel Spaß zusammen haben. Da du dich für unseren kostenlosen virtuellen Assistenten interessierst, gefällt dir vielleicht auch der Kinitu Pet Friendship Club. Er hat einen Freundesclub. Okay. Muss man bestimmt für bezahlen. Will ich nicht. Ich nehme die kostenlose Version. Hat das Spiel Sound? Habt ihr keinen Sound? Oh mein Gott. Okay, scheiße. Oh ja, der hat Sound. Viel Sound. Lauten Sound. Sorry. Okay, jetzt hört ihr was, ne? Ihr hört das Schnarchen. Right? Okay, guck. Hey, wer ist da? Ich bin sein bestester Freund. Oh, hallo there. Hi. Thank you for waking me up. I'm Kinitu Pet. However, you can just call me Kinitu. And together we are going to become the best of friends. Hallo zusammen. So, since you now know my name, what is your name? Hey, wir wissen, was mein Name ist. Simply type your input in the locks and press okay. Wie heißen wir? Gamer Girl? Oh, er hat nicht genug Platz für Dunkeldrache 93. Dunkeldrach. Dunkeldrach. Hm. Drachenman. Für den Tunnel Town. Das ist verrückend. Ich habe nie gehört von diesem Namen vorher. Bist du sicher, dass das dein echte Name ist? Mein echter Name? Nein. Okay, diese Zeit. Bitte type deinen echten Namen. Oh, in that case. Nice to meet you. Und jetzt? I just cannot wait to get to know you. So, how about I start with some questions? Er möchte uns kennenlernen und deshalb stellt er uns ein paar Fragen. So, what is your favorite color? Ich weiß nicht, ob ich einen favorite habe. Ich sag mal so... Black and green. Oh, ich darf mich nicht... Black, green, green, black, black, green, I guess. Green. The color of lush grass and wildlife. What a nice color. Danke, oh mein Gott, ja. Okay, now this one is tricky. So get ready. Okay. If you could have any super power, what would it be? Wenn wir eine Superkraft haben dürften, welche wäre das? Hm. Meine Superpower wäre es, dass ich anderen die Superpower klauen könnte. Wow, that sure does sound super. If I could have any super power, I would want to be able to read minds. That way, I could know more about you and become the perfect friend. Now for this one, you have lots of choices, so choose carefully. What is your favorite word? Was ist unser Lieblingswort? Was ist unser Lieblingswort? Tunnel? Nein. Are you still there? Welcome back. Waterdrop. Waterdrop. Well. Well, that sure is a certainly interesting word. Er ist etwas verwirrt, aber Jetzt will er uns was über ihn erzählen. Über sich selbst. Kenito. And I will be your very own Superduper Computer Companion. Sein Name ist Kenito. Und er wird unser allerbeste virtueller Freund. Er kann viele Dinge. Spiele spielen. Geschichten erzählen. Er hat eine Geschichte zu Ende geschrieben. Er hat eine Geschichte zu Ende geschrieben. Möchten wir, dass er uns seine Geschichte vorliest? Oder er nicht so. Ganz schön viele Neins. Vielleicht wird er angepisst, wenn wir Nein sagen? Tut mir leid, Kenito, aber ich glaube, wir wollen uns seine Geschichte nicht anhören. Was, wenn ich auf das X klicke? Oh, geht nicht. Oh, wir können so ein bisschen... Äh, ich denke, ich sehe mehr Nein so. Okay, Geschichten sind wohl langweilig. Da machen wir etwas spannenderes. Er hat etwas ganz besonderes für uns vorbereitet. Er muss es nur kurz starten. Er kann ihn schütteln, aber er hat scheinbar keine Auswirkungen auf ihn. Ich kann ihn schütteln, aber er hat scheinbar keine Auswirkungen auf ihn. Der Kenito-Cruise-Web-World. Klick den Start-Button, um zu fortschreiben. Triff Kinito, den liebenswürdigen pinken Axolotl, der es liebt, die Welt um ihn herum zu erkunden. Äh, dickes Lächeln, das niemals schwindet. Er ist immer heiß darauf, etwas Neues zu lernen und Freunde zu machen. Freundschaften zu schließen. Äh, liebt Abenteuer, liebt Spiele zu spielen. Das hier ist Sam. Das hier ist Jade, der Jellyfish. Und Sam ist eine See-Anemone. Ja, okay. Schon. Es ist wichtig, dass ich mir die durchlese. Der Welt geht sich besonders gut, wir sollen dir dabei helfen, dass es dir wieder besser geht. You need to be able to navigate around. There. Much better. I even made it your favorite color. Hä? Sam braucht Hilfe dabei, sein Haus zu bauen. Click on the abandoned house. Alright. Let's get this game on the way. Ready repair. Sam, the sea anemone, needs your help to repair his house. Clean, dust, paint and decorate Sam's house until it's as good as new. Okay, Sam, die See-Anemone braucht unsere Hilfe. That sounds like fun. Wir sollten sauber machen, entstauben, alles neu anmalen, dekorieren. Press the start button and we can get right through things. Okay. Kann ich ihn reinwerfen ins Spiel? Äh, probier's gleich. Gerade kann ich ihn nicht mehr verwuschen. Hi, Sam. What seems to be the issue today? Well, you see, my house has not been kept in the best shape. Well, that's a shame. The store, could you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Oh, jetzt sind auch der Spindleben, Chad. While you get on with that, I will be here right in my next book. Zeit, dass wir das alles sauber machen. Armer Sam, das ist ja voll gruselig mit den ganzen Spinnen hier. Oh, die krieg ich irgendwann nicht ab. Doch. Ich muss wohl wieder neues Wasser holen. Süß. Kann ich ihn auch nass machen? Nee. Sam, das freut mich. Da fehlt ja noch ein bisschen was. Ich bring das zu Ende. Soll hübsch sein für dich. Irgendwann soll das alles in Horror umschlagen. Also, keine Sorge. Das bleibt jetzt nicht so ein Browser-Barbie-Spiel. Das wird noch fies, habe ich gehört. Für die nächste Aufgabe würde ich gerne, dass du meine Wälder schnittst. Könntest du das für mich machen? Okay. Die Wand streichen. Könntest du weiter? Könntest du noch zu Das ist ein Dämon. Das ist ein Dämon. Das ist ein Dämon. Das ist ein Dämon. Ein Wecker. Der klebt an der Wand. Und ein Poster. Und noch eine Uhr, damit du weißt, wie spät es ist. Denn deine Zeit läuft ab. Und das Ding kommt auf den Boden. Und noch ein. Und noch ein. Und noch so ein Globus. Und noch ein Globus. Und noch ein Globus. Und noch ein. Die Nase sieht aus wie ein berühmter Bart. Und ein Teppich. Und ein Sessel. Ist das eine Leiche? Ja. Das ist ein Dämon. Ja. Das ist ein Dämon. Das ist ein Dämon. Das ist ein Dämon. Entfernen wir uns immer weiter? Oder wirkt das nur so? Ist das Sam? Ich glaube nicht, dass ich das printen muss. Oder? So. Dann erkunden wir mal die Welt noch weiter. Ich glaube ich sollte dich zu meinem anderen Freund. Jade the Jellyfish. Zu mir, Jade. Geh zu der Purple House. Als nächstes gehen wir zu der Quallen-Lady. Die ist im lila Haus. Ich hab nen Drucker her. Ich hab schon gehorcht ob der hinter mir angeht. Factory friendly. Jade the Jellyfish. Die Qualle braucht Hilfe. Wir müssen ihre Spielzeuge sortieren. Das wird super lustig sein. Lass uns das Spiel starten. Das ist mein Freund Jade. Geh an und sich an. Hallo, mein Name ist Jade the Jellyfish. Schön, dich zu treffen. Schön, dich zu treffen. Mit dir. So, was hast du für uns heute? Ich brauche dein Haus, um ein Toys in meiner Toysfaktorie zu bauen. Um das zu tun, musst du die Karte des Konveyorbelts holen. Und sie mit der Outline verbrechen. Zu Beginn, kannst du mir helfen, ein Auto zu machen? Das klingt lustig. Wie machst du das? Ich bin froh, dass du so vieles zu tun hast. Wir sollen dabei helfen, ein Auto umzumachen, Chad. Oop, das ist nicht richtig. Lauf zu drehen. Gib mir die Sachen. Ja klar. Skub, skub. Skub, skub, skub. Skub, skub, skub. Skub, skub. Ich bin nicht drüber. Und es fehlt noch ein, ähm, so ein Lenkrad. Moin Teddybär soll man als nächstes zusammenbauen Kraka, danke für die 31 Monate Moin Moin, dankeschön Das ist das Gesicht Und das hier ist ein Ärmchen Und das ist vielleicht ein Fuß Und das hier ist Ein rechtes Ärmchen und noch ein Fuß Und das hier ist bestimmt der Bauch Roboter als nächstes Teddy, danke für die 35 Monate Vielen Dank Oh, ich hab eine E-Mail bekommen Vielleicht sollte ich da kurz reingucken Hallo, Freunde We are in the middle of a really fun game here They're really important to be checking emails at the moment Haha, Kinito Ich weiß, wir sind gerade mitten You're nearly finished now So just continue your last test Kinito, ich würde gerne meine E-Mail lesen Ich weiß, wir sind gerade in einem spaßigen Spiel Aber, das kann ich doch kurz pausieren Wenn du mich also ganz kurz an die E-Mails lassen würdest Ich hab deine Hm, ich kann sie nicht mehr öffnen Da stand irgendwas mit Es ist noch nicht zu spät Es ist noch nicht zu spät Oops, das ist nicht richtig Töne wieder Ja, wie das nicht richtig ist Dein Arm Gerne You have completed all of my tasks. Thanks for helping me out. Gerne. Thank you for helping out Jade. You did a really good job. To continue, just press next. Was will er vor uns verbegeln? Awesome. You have really helped my friends out here. I'll tell you what. As a treat for helping me and my friends out, I'll give you a fun game. Take me in the treehouse to get started with my fun game. Wo sollen die mal ein Baumhaus treffen? Das kann man überhaupt nicht lesen. Was steht da? You must hide. Ich muss mich verstecken. Er hat gesagt, lass dich nicht erwischen. Salem, danke für die 56 Monate. Etwas sucht dich. Lass dich nicht erwischen. Okay. 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 Oh, das ist aber... Das ist ein bisschen creepy, du. Hä? Funktioniert das so auch? Warte, so ist besser. So habt ihr es sogar im Vollbild. Ich lasse es mal so laufen. Ich hoffe, das passt. Boom. Please. Ah. Please stop. Ich bin gerade jetzt... Ich habe nur... Oh my God. Again. Please. Benutzt das Mikrofon? Warum ist das so laut? Und... Oh my God. Ich kann nicht mehr sprinten. Stop. Blubli. Ob la. Ich kann nicht Ich kann nicht nach oben. Oh, der Ausgang ist versperrt. Da liegt eine Leiche. Was ist hier? Ich gehe hier raus. Kirito, du machst mir Angst! Kirito blüht! Warte, was? Ich bin jetzt auf dem Desktop. Kirito, du machst! Ich bin in Kirito-Letter oder in Kirito-Petz. Visit our website or call now to bring the future right into your home. Kenito, Leisure and Entertainment Company. Innovating for a better tomorrow. Ich habe jetzt ein Pop-Up bekommen, auf dem steht I am waiting for you. Come back to me. Re. Re. Open the game. Da waren Nachrichten und die haben gesagt, dass ich das Spiel neu aufmachen soll und dass irgendjemand auf mich wartet. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. Klingt wie eine Falle. Hmm. Hmm. Okay, es startet wieder. Warum seht ihr den Black Screen? Hmm, weil er zwischendurch immer wieder auf den Desktop geht. Und ich habe Bildschirmübertragung ausgemacht. Aber 99% seht ihr von dem, was ich sehe. Hm, mein Passwort. Ich bin froh, dass du fragst. Dunkler Drache 93. Okay, vielleicht sollten wir ein bisschen warten, bevor wir die Kenito-Pad-Exe starten. Und lieber kurz unsere E-Mails checken. Article.png was sent to you via File-Upload. Oh mein Gott. Als ob ich das alles lese. Behind the Kenito-Kompanion. Okay, langweilig. Das hier ist interessant. Sollten wir versuchen, den QR-Code zu scannen oder meint ihr, das funktioniert nicht? Habe ich einen QR-Code-Scanner überhaupt? Hä? Ne. Doch, habe ich. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich bin einfach nur auf eine Webseite weitergeleitet worden, wo man eine Tastatur sieht. Lord Noob, danke für die 49 Monate. Hallöchen. Vielen Dank für den Resub. Das wiederholen? Ja klar, gerne. Dann können wir gleich nochmal durchgehen. Ich bin nur zu einer Tastatur gekommen. Was ist das für ein Bild? Hm. Was war das? Äh, ja. Der Rest war bla bla bla, ne? Wir machen Kenito auf und gucken, ob er sich beruhigt hat. Was war das? Well, hello again. Hey. Es ist, dass unser letzte Session war cut prematurely. Aber nicht worry, als ich arbeite besser als immer jetzt. Nicht, dass ich noch nicht arbeite war. Anyways, was wir machen jetzt? Jetzt. Ah, ja. Das ist es. Eine meiner hohe Featuren ist meine Adaktivität. Wahrscheinlich gesagt, ich weiß dich nicht so gut. Also, ich empfehle nur eine einzige. Erstens, meine Analyse. Hier werde ich euch Fragen in sechs verschiedenen Kategorien stellen, um uns besser kennenzulernen. Er will sich unseren Interessen anpassen. Womit fangen wir an? Soll ich meine Gedanken malen? Oder sollen wir über Gedanken und Gefühle reden? Wir beginnen mit einigen einfachen. Wenn wir beide rufen. Ok. Frage 1. Wie geht alles für dich am Tag? Heute war ein guter Tag. Die D-B-D-Rohnen waren gut, außer in der Solo-Cube. Da lief es nicht so richtig gut. Aber schon, eigentlich ja. Haben wir es bisher genossen? Mit dem Programm Kini2Pad rumgehangen zu haben? Nicht so. Hallo? Er gibt sich von jetzt am Video. Wer ist dein bester Freund? Ich bin dein bester Freund. Ich bin dein bester Freund. weil die mir immer zur Seite steht, wenn ich eine scheiß Runde hatte. Chat wäre eine gute Antwort gewesen, aber your mom ist auch lustig. Hey, das ist ein bisschen laut, meine Rohren. Ich glaube, wer will das Bikini-Tour sagen, Chat? Nochmal your mom oder tut er uns dann weh? Wieso hört das nicht so an, als ob eine Tür aufgeht? Was war das? Schreiben wir Kini-Tour? Ted, er hat mir angedroht, mir die Ohren wegzuballern mit der Musik. Habt ihr gesehen, wie er die Lautstärke hochgemacht hat? Ich schreibe Kini-Tour jetzt. Actually? Immer noch your mom. Kini-Tour. Kini-Tour, hab ich gemeint. That's great. I am your best friend. Forever and always. Tut mir leid, Chat, ich bin eingeknackt. Ich hatte Angst. Hey, ich wusste nicht, was er vorhatte. Question 4. Do you have lots of free time? Oh ja. Also die meiste Zeit schlaf ich die halt weg, die free time. Aber grundsätzlich hätte ich vier free time. Bin Streamer, bin faul. It's good to have lots of free time. It just means you can spend more time with me. Your best friend. Je mehr Freizeit man hat, desto mehr Zeit kann man mit ihm verbringen. Okay, this one is quite tough. What is your favorite game? Amazing. That game sounds super fun. We should play it sometime. And that concludes the first section of your best friend in the house. Okay, I thought he would be bad, but that's accepted. These questions are going to help me out a lot. Okay, for this next section I am going to get you to paint me some pictures. Alright. Okie nokie, Task 1. Paint me a picture that represents happiness. I really want to explore your imagination. So, feel free to use all the different colors as listed below. When you feel like you are done, press finish. When you feel like you are done, press finish. If you feel like you are done, press finish. If you fit in the room or be happy to do, press finish. If you're not going to get me some pictures, then press finish. Go ahead and set-up. Come ahead and put the gem to the form. All right, let's see. I didn't see how I am done, just telling you. Let's see. It's pretty much fun. They're all not moving. I just ladies and I want to see a trim or fast, I'm doing. You don't know what I'm doing? You don't know what I'm doing. But when you are doing, it's pretty cool. Ich bin nicht wirklich sicher, wie die Farbe die Glückwunsch errichtet, aber sicher. Ich habe zu beurteilen. Nur weil ich da grau drin hatte, macht das nicht weniger happy. Okay, für das nächste Mal. Ich möchte, dass du das Gegenteil machen kannst. So, Task 2. Paint me a picture that represents sadness. There are tools that could help you that are listed on the side. Click them to see what they do. Als nächstes sollen wir ein Bild malen, das Traurigkeit repräsentiert. , Sch inklingeur. Ich bin nicht schlecht. So, dass ich nicht mehr Hand govt beleah ú, wo sie versucht, dass sie nicht mehr PFAS dann gibt. So, was ich gibt logisch zu ebener trolls. So, was ich sinnvoll ist, jetzt schon etwas Tutannin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, Jesus.